so leute herzlich willkommen auf jeden fall zum letzten vlog der tag der abreise ist jetzt leider gekommen aber wir werden uns natürlich auf jeden fall wiedersehen wann genau ist noch unklar spätestens an meinem geburtstag und sonst schauen wir zwischendrin mal vielleicht klappt oder nicht genau wie viel zeit wir dann haben ganz genau so sieht es aus und auf jeden fall kann ich sagen wir haben resi 2 fast noch durchgekriegt wir haben auf jeden fall leon a durchgekriegt da hat er bei dem zweiten versuch schon immerhin die schlimmste form von birkin besiegt da bin ich sehr stolz auf ihn und wir haben dann claire b noch angefangen da sind wir jetzt quasi so weit dass wir jetzt durch die tiefgarage auf jeden fall in die kanalisation können das heißt da sind wir auch schon ziemlich weit eigentlich und obwohl der teil natürlich deutlich länger braucht ja ja natürlich also die hälfte aber wahrscheinlich noch nicht schätze ich meine wir haben ja noch nicht mal bosskampf gehabt aber aber wird ja bald kommen ja auf jeden fall war es hier sehr schön ich habe meinen urlaub hier sehr genossen und ja hast du irgendein paar abschiedsworte ich kann nur sagen es war auf jeden fall auch sehr schön mit dir und ja genau morgen geht es dann wieder zurück ja leider ja wir sehen uns ja bald wieder und genau ansonsten dann kommen wahrscheinlich wieder ein paar vlogs zusammen schätze ich mal das auf jeden fall ja und ansonsten könnt ihr euch wahrscheinlich auf die nächsten videos trotzdem freuen und das sowieso muss auch wieder was gucken von mir natürlich alles klärchen dann vielen dank auf jeden fall an euch alle fürs zuschauen und fürs zu hören wir sehen uns auf jeden fall und ja auf bald bis bald und tschüss 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 tschüss